Und zwar stehe ich auf Schaltplatten. Ja. Ich teure das an, wie die Schaltplatte sich dreht und schon glitzert und so. Was passiert dann? Ja, fang ich an zu onanieren. Du fängst an zu onanieren? Ich teure das an. Ich teure das an. Ich teure das an. Also ich wollte nicht draus, sondern davor. Das ist doch keine Frage. So krass wird es ja wohl nicht sein. Nein, ich teure das an. Nein, ich teure das an. Ich teure das an. Ich teure das an. Ich schaue in die Becken rein und ich schaue mir meine Fische an und ich habe die Fische gern und ich habe sie schon recht lange und ich hole mir dabei einen runter. Nein, das glaube ich nicht. Das gibt es nicht. Du kriegst doch keinen hoch von einem Goldfisch. Ach. Ach. Wenn das der Fall ist, bist du völlig, völlig pervers. Nein, das bin ich nicht. Das glaube ich. Nein, nein. Du sitzt vor einem Aquarium, nackt oder auch nicht nackt. Ja. Und du kriegst eine Erektion, wenn da fünf Goldfische entlang sind. Du stellst es dir total falsch vor. Ich meine die Tiere, die kennen einen doch. Ja. So wie du da reinguckst in das Becken, so gucken die Tiere ja auch raus. Weißt du? Dann fang ich an zu lanieren. Du fängst an zu lanieren? Und dann hat dieser Partner gesagt, das muss hafter werden. Wie geht denn sowas? Du bist prostituierte und der Kunde verlangt von dir, dass du ihn ankackst. Ich habe mercy auf. Du bist scheiße. Dann fangen wir mal an, was du ihn ankackst. Ich mache dich mit dir. Und ich werde dich untertiteln. Und ich werde auch, wenn du dich mit mir hast oder dir, Bis zum nächsten Mal.